Wenn euch interessiert, was ihr mit dieser Schablone machen könnt, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video von Spengler TV. Mein Name ist Luisa Buck und ich darf euch heute zeigen, wie ihr eine Dachrandbekleidung mit einem Stehfalzsystem herstellt. Wir haben dazu diese Schablone und ich werde euch erst die Vorfertigung in der Werkstatt und später die Montage auf der Baustelle noch zeigen. Wenn man viele gleiche Teile hat, dann lohnt es sich natürlich einmal eine Schablone anzufertigen, auf der man dann die ganzen Ausklinkungen richtig macht und die dann weiterzuverwenden, um alle anderen anzuzeichnen. Ganz wichtig ist aber, dass ihr eine Schablone macht, draufschreibt, dass die die Schablone ist und die immer wieder benutzt. Weil wenn ich jetzt das nächste Blech hier anzeichne, ist es ja einen ganz kleinen Ticken größer. Wenn ich dann mein neues Blech auf das nächste lege und so weiter und so fort, dann stimmen die Maße irgendwann gar nicht mehr. Also eine Schablone machen, eine Schablone immer benutzen und nicht das nächste Blech als Schablone benutzen. Ich benutze jetzt ein Edding, damit ihr besser seht, was ich mache. Im Normalfall kann man aber auch einfach eine Anreißnadel nehmen. Das funktioniert auch ganz einwandfrei. Ich mache das nur, wie gesagt, damit ihr eben meine Striche jetzt im Nachfallenden besser sehen könnt. So, dann fährt man einmal alles nach. Wichtig natürlich, dass die Schablone nicht gerutscht ist, dann klappt es. Wichtig natürlich, dass die Schablone nicht gerutscht ist. Wichtig natürlich, dass die Schablone nicht gerutscht ist. Wichtig natürlich, dass die Schablone nicht gerutscht ist. Und dann die Mastkörnerzange hier, um unsere Felsen anzukörnen, weil wir das Ganze danach von Hand an der Segmentkantbank abkanten werden. Wichtig natürlich, dass die Schablone nicht gerutscht ist. So, weil das Ganze ja jetzt im Senkel gekantet wird, mussten wir einige Segmente rausnehmen, damit man das Ganze eben richtig reinlegen kann und die Felsen nicht im Weg sind. Dann drehe ich das Ganze um, weil ich möchte sie nach hinten kanten. Dann ist jetzt eben auch wichtig, dass man beachtet, dass man nur eine Seite richtig zum Umschlag machen kann, um sie einzuhängen und die andere Seite nur auf ca. 90 Grad kantet. So, wenn man das Ganze um diese Säbe rausnehmen, dann muss man auch nicht richtig reinlegen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, hier habt ihr eine Möglichkeit für eine Ortgangbekleidung gesehen, nämlich das Stehfalzsystem. Wir haben auch noch ein anderes, das ist ein Steckfalzsystem. Klingt fast gleich, ist aber komplett anders. Das Ganze ist einfach in unseren Augen dadurch, dass es eben flacher ist und keine aus der Fassade sich abhebenden Felse hat, das optisch ansprechendere und lässt sich eigentlich ähnlich schnell in der Werkstatt vorfertigen und montieren. Wenn ihr dazu weitere Infos haben möchtet, dann könnt ihr euch unseren neuen Workshop anschauen. In dem zeigen wir, wie man so eine Steckfalzfassade herstellt und montiert. Außerdem blenden wir euch entweder hier oder hier noch ein anderes Video ein, in dem ihr euch anschauen könnt, wie wir so eine Steckfalzfassade montieren. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über ein Like von euch freuen und über ein Abo. Wenn ihr unsere Videos immer eine Benachrichtigung bekommen wollt, wenn wir was Neues hochladen, dann macht die Glocke, die hier irgendwo unter dem Video zu finden ist, an. Dann bekommt ihr immer so eine Push-Mitteilung auf euer Handy. Und ja, genau, das war es eigentlich auch schon. Luisa Buck für Spengler TV. Ciao. Ciao.